Hallo zusammen, das ist unser Allround-Board mit dem absoluten Preishit. Mit dem kleinsten Budget kannst du einsteigen in Stand-up-Puddel-Spass. Und zwar hast du das komplette Set, das dazu geliefert wird. Du hast ein Spannset, wo du die Sachen einspannen kannst, ein Alupaddel dabei zu finden. Also alles, was du brauchst, um loszulegen. Das Brett ist etwas kürzer. Das gibt dir eine riesige Wendigkeit auf dem Wasser. Es ist leichter zum Tragen. Du hast aber auch vom Auftrieb her nicht einen riesigen Auftrieb, der schwere Personen oder zu viele Leute dazu führt, dass es etwas durchhängen kann. Darum ein Brett für so 75-80 Kilo, das du brauchst. Unsere Kunden waren natürlich verliebt, weil sie gesehen haben, was es kostet. Zu diesem Preis ein cooles Stand-up-Puddel zu bekommen. Auf dem Wasser haben sie gemerkt, dass es sich für das, was sie einsetzen, für etwas zu paddeln, etwas herumzutümpeln, absolut perfekt ist und optimal geeignet ist. Wenn du eine riesenlänge Touro machen willst oder einen Racer suchst, dann gibt es optimales. Aber für den Starten ins Stand-up-Puddel-Sport absolut perfekt. Wenn du mehr wissen willst, klick dich auf unserer Webseite durch oder schreib uns auf unserem Kanal. und eine kleine Kilo. Und dann kommen wir noch auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.